Ich muss jetzt halt nur gucken, dass ich doch noch irgendwie ein Rad besorge. Ich komme gleich an der Factory vorbei, sag ich mal mal ein Glück probieren oder dauert das zu lange? Kannst du ruhig schon mal machen, wir haben ja ein Heli zum abholen. Gut, gut, dann kicke ich mal. Kurze down. Alles klar. Diese südländische Temperament. Dieses Geschrei. Sorry. Dann laufen wir nicht mehr davor. So, schmeckt ihr gekriegt, wo ich bin? Höstliche Eiffelt. Kommst zur Bahn. Ich glaube, das war aber jetzt der nächste, oder? Ja, könnte hinkommen, aber... Nachschuss, oder was? Ja. Hört ich schon. Äh... Ja, brauchst nicht so nah ranfliegen. Guck, dass du da irgendwo runterkommst. Habt ihr noch Bewegung im Wald? Südlich? Da, wo euer Zelt ist? Einen hab ich gesehen. Eher nicht. Sieht aber schon gekonnt aus, ey. Was? Das sieht ja schon richtig gekonnt aus. Ich renn mal zum Airfield noch mal hoch. Sieh ihn hinterm Baum. Sieh ihn drin. Wir gehen mit dem HAL 7er. War ich. Ich hab mich getroffen. War es am Baum. Ja, passt schon, wenn das mal da auf Distanz hältst. Das ist schon super. Ja, soll ich Zeuglohn auch noch gleich mitnehmen, dann? Einem Rutsch, oder? Ja, stimmt. Du hast ja... Ja, klar. Plane Factory war das, ja? Sprünge Factory. Ja. Der Trottel wieder am gleichen Baum. Da ist wahrscheinlich so ein Fiat, Schatz, oder? Äh, wir haben Zombies am Schweinestall hinten. Westen, westlich. Und südlich von uns auch, Richtung Straße. Wo rennst du denn hin jetzt? Ich renne zum... Ich gucke mir den Schweinestall an. Naja, aber da... Ich renne da jetzt nicht zu weit hier. Renne ich ja nicht. Ich stelle mich nur an den Hanger ran. Ich renne mal hier zur Wellblech runter. Südlich. Wo bist du jetzt? Etwa... Ich bin... Wir sind jetzt noch zu zweit hier, oder? Hallo? Wie zu zweit hier. Er fehlt, oder was? Er ist zu dritt. Ich bin hier, Siloxus ist Richtung Hangar jetzt. Guckt Schweinestall, guckt hier ein bisschen südlich. Weil wir haben südlich an der Hauptstraße auch Zombies. Ja, ich stehe. Da sind so sechs, sieben Zombies. Ja. Wo jetzt praktisch auch nur einen Reifen, um die Kahn wieder ein bisschen besser zu positionieren und dann sind wir wieder gut. Ja, das scheiße. Auch nicht auch. Was denn? Ich hab wieder so ein Glück heute. Ich leg mich ein Zombie, falle ich um, bin ich am Bluten, brech mir die Beine. Das ist denn das für eine Scheiße. Das ist ein Feature. Das ist ja wieder Einsteigerfreundliche Spiegel. Aber du bist schon noch in der Factory, oder? Oder bist du jetzt tot? Ja, ja, nee, ich lieg da noch. Ich vegetiere da gerade so vor mich hin. Hast du Morphium, oder? Nee, ich hab gar nichts. Ja, also dann springe ich kurz raus. Ja. Ich springe. Ich hab ne Axt so im Zweifel. Achso, fuck Little Bird. Vergessen. Ja, ich kann dich ja da rauslassen, ist ja auch kein Problem. Warte mal. Kurz markieren jetzt. Fuck. Batman schützen. Wo? Am Schweinestall. Check. Baumlinie, ganz knapp. Der liegt. Ich kann jetzt überhaupt nicht abschätzen. Na ja, mach mal locker. Warte, bis er irgendwie sich hinkniet wieder, oder... Irgendwas Cooles macht. Irgendwas Cooles macht. Irgendwas ist ein Feature. Ja. Ja. Los, von mir. In der Factory bist du, ja? Ich bin, ich liege im obersten Stockwerk. Was grad vom Zombie wieder verprügelt. Oh, zum Gott's, Mann. Dann geh tiefer, lande hier beim See irgendwo. Dann geh ich aber wieder hoch und dreh's ne Runde. Ich erwischt. Glaub ich. Leckerrand wieder da ist. Ich glaub ich seh noch einen Süd... Na ne, ist ein Zombie. Wo bist denn du, Dati? Ich bin immer noch, äh... Über der Kreuzung oben. Auscher. Na, kannst du von da irgendwas sehen? Also die Ostseite zum Beispiel bis zur Straße runter? Oder... Was siehst du denn? Ich seh die ganzen Zombies noch unten. Warte mal. Ey, da rennt einer übers Feld. Na, ich renne jetzt mal nach Süden hier. Ich seh dich, ja. Okay. Na, er muss hier hinter der nächsten Bodenwelle hinter der Straße sein. Plagt da jetzt mal ein paar Granaten rüber. Da war er auch lustig. Klappel durchs Loch kommt mir genau ein Zombie entgegen. Immer so. Wie anders. Ich bin gleich da. Wir brauchen ein Rad. Ein Rad. Dringend. Wie super knapp. Da hinten seh ich auch gerne Leichen liegen. Den Baum. Bist ganz oben. Wo? Bist nicht ganz oben. Scheinstockwerk Kiefer. Nee, nee. Ich bin oben. In der Mitte bis Stockwerk. Aber nicht auf dem Dach. Mitte. Mitte. Ich bin schon ganz nach oben gerannt. Oberstes. Nicht Dach. Ich seh'n Spieler Südosten. Laubwald. Okay. Bandit. Jetzt nicht mehr als hinter den roten Busch für mich. Wenn ich jetzt nicht ne Bandage fremde, ist vorbei. Ey, ich seh' dich nicht. Wo bist du? Ich lieg' hier. Da befand mich her. Hier ist viel. Ja, ja, richtig, richtig. Komm, 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 komm. Hör mal auf, dich zu bewegen, bitte. Jo. Das hat so'n Muffin wunderbar. Hör mal rein, ich steh' oben drauf. So, müsste alles wieder wie neu sein. Jo, perfekt, ich danke dir. Scheiß, Dreck, ey, ich seh'n auch nicht. Positionswechsel auf ne andere Baumlinie. Habt ihr gesehen, was er in der Waffe er hat? Nee. Hey, du rein, ich setz' mich auf die Treppe, dann kann ich abspringen. Könnt ihr noch ein Rad mitbringen aus dem Baron Connor-Zelt, wenn da hoffentlich Räder drin sind? Da sind keine Räder drin. Habt du wie keins gefunden? Können wir noch mal gucken hier, oder? Ja, dann guckt noch mal, jetzt sind wir ja grad hier. Na, auf der Baustelle hier bin ich durchgerannt. Ja, kann ich machen. Bitte nicht. Dann checkt die Schuppen außen nochmal und dann... Also, ich geh' davon aus, dass der Bandit ne DMR hat, weil der eine, der war ja direkt in der Nähe von der Leiche da, die ich hab. Ah, 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 ah. Kann hier nicht wirklich mich weiter verschieben. Ich sitz' hier an so ner Baumwurzel südlich vom West-Ende vom Airfield. Drainrotoren bis zum Abwinken. Kann halt gut, wenn wir gleich den Streis einsammeln können, dann verschwinden. Nee, nee, wir sitzen halt aus hier. Äh, aggro in den Tannen, südlich vom Airfield. Ja, das bin ich. Du kriegst grad auf's Maul, oder was? Ich krieg grad auf's Maul, ja. Okay, warte. Naja, Boek, schießt den jetzt nicht weg. Nee, nee, ist okay, die treffen auch noch Zombies rum, ne? Also südöstlich von dir, äh, müsste er irgendwo sein. Wenn er nicht wieder südlich hier jetzt nach Westen rum ist. Das ist jetzt hier auch reichlich beschissen. Die Sicht war richtig gut gerade, ne? Ja, ich bin jetzt auch außen noch mal, das durchgelaufen ist ja auch nichts gespawnt außer Scrap. No. Coolbox noch. Soll ich hinkommen? Kommen wir wieder zur Factory, kannst du ja irgendwo. Ihr summt? Ja, da waren die eben, glaub ich. Nee, nee. Nach dem Reset haben wir da keinen getötet. Ah, doch draußen an der Straße. Ja, doch. Weißstück. Ist noch in der Factory oder draußen schon? Ja, sag, wohin ich laufen soll. Östlich, westlich. Ja, komm, komm, äh, östlich raus. Ja, da liegt ein Survivor auf der Straße mit Waffe. Ja, ja, mit dem Fiatal, ja. Ja, aber unser Kollege hat doch keine Knarre, nicht? Ja, ja, ne, lass mich mal abruhen. Steig mal aus und geier den mal leer. Hat ne CCO auf dem Rücken, ja. Liegt da mir gut? Das hier mannt, ne? Ja, ja. Ich warte hier kurz, die Zombies weg. Das ist sogar noch mein Abschuss wohin. Was? Das ist sogar noch mein Abschuss wohin, der Typ. Ja, ja. Ergeier und zack, zack, Heli einmal hoch. Schweinestall war down, ja. Was, bitte? Der am Schweinestall war down. Der ist down. Nein. Den hab ich nicht wieder getroffen, Kollege. Das ist west. Na, wie? Komm runter. Hat er aber auch keine wirkliche Waffe. Ja, erst wenn alle fertig sind. War ein M4 oder so. Naja, aber ich überlege jetzt, also entweder renne ich jetzt westlich einen riesen Bogen rum und komme von süden dann an die Straße unten ran oder östlich rum, aber... Wie viele Flüsse haben wir jetzt hier? Oben sind sechs Mann im Channel. Also ich kann kurz vorher mal hier einen kleinen... Äh, rennen wir die? Aber das bist du, ne? Das bin ich, ja. Aber wir können halt hier bergabwärts nicht so wirklich viel agieren. Ich hab hier das Sonnenblumenfeld, aber das hilft auch nicht. Ich seh da nix. Hinter der Straße richtig krass, bergabwärts. Äh, cool wär zeitgleich Druck machen. Also sag mal Bescheid, wenn ihr da droppt und dann kommen wir von oben runter. Soll ich die in der Kurve von dem Weg da oder von... Ja, da wo die kleine Hütte ist. Ja, dann gehst du hier nach Norden Westen hoch und dann schmeischst du irgendwo in der Straße deinen Stein raus, oder? Äh, oder sogar, du hast ja ne DMR, Eike, oder? Ja, klar. Dann geh du mal oben auf die Felsen rauf. Dann siehst du, glaub ich, auch schon das ganze Talbett und bist da nicht so... Flussbett und bist da nicht so angreifbar. Also du meinst auf Klennen oder was? Nein, auf diese kleinen, kleinen Steinzacken da. Die sind da, wo ich den, den Military geflippt hab, im Flussbett. Okay, ja klar, dann hab ich von den Steinen oben... Ja, da bin ich auf dem Weg ja schon fast zu nah dran. Ja, dann schmeiß mich auf Klennen ab, dann lauf ich runter. Boah, na, nie, nie so weit. Oder Kelln, ich schmeiß mich in Kelln raus. Guck mal. Viel zu weit, Kelln. Bist du jetzt hier... Hier, die Steine, meint er. Ja. Lass ich dich hier vor den Steinen raus. Ja, aber du bist viel zu hoch. Bist du jetzt hier in meiner Baumreihe, Siloxis? Bitte? Bist du hier in meiner Baumreihe? Jetzt? Ich bin nicht in deiner Baumreihe, nein. Ich komm hier auf einmal Zombies an die Rand. Aber du bist ein bisschen südlicher jetzt als vorher. Ich mach grad einen Positionswechsel. Zombie-Akko, rennst du da grad rum, Kalle? Ja, ja, ich renne jetzt über das Sonnenblumenfeld runter zum Flussbett. Also, wenn dann habt, könnt ihr jetzt... Willst du gleich mitlaufen? Ne, 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 ne. Achso, ja, du, klar. Du gehst mit Eike, oder gehst nach Norden halt. Eike kann ja da mehr oder weniger bleiben, der hat ja Long Range. Südlich von der Stadt auch immer noch Zombies. Blute, ich weiß zwar nicht vom Wasser, aber ich blute. Okay. Hier steht ein weißer Wagen an den Steinen direkt vor euch möglich. Aber ist jetzt auch mal egal. Ja. Ob du mal ein bisschen, dass hier von Norden nix kommt. Ich laufe jetzt gerade in dem Wald, wo wir so vermuten, einmal von Westen nach Osten durch. Und guck mal, wie ich hier mal sehe. Fahrzeug, Fahrzeug. Ruhe. 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 Wie kein Gott. ja doch hier ist der party wo es gerade angekommen stehen südöstlich von dem ganzen ich sehe noch ein ich bin nordöstlich von euch also von dir aber noch ein ich glaube der waren sie alle 40 schuss noch hallo ich habe bewegung auf der straße in deine richtung welcher feldweg oder richtige straße ja das ist eike und cyclone vom zelt aus wie vom zelt? von wem zelt? da wo die zwei industrial spots unten sind ach so von da oben ja vom westen halt also von wo die straße einmündet ja aber dann ist ja da die asphaltstraße nicht der feldweg ne ne schon der feldweg also genau das zwischen dem wald also die kommen jetzt von dem feldweg südlich hier hoch das müsste ungefähr also von dir aus westlicher sein südwestlicher 118 032 ja danke ja ich sicher hier den blauen bus jetzt einfach ist doch genau da wo der feldweg gleich auf die straße geht ok so wo der endet ja ja wo der feldweg zur terstraße kommt seid ihr da eike ist halt nun schon? ähm wir sind jetzt schon ja so kurz vor Olscha also im Prinzip wir laufen Richtung Olscha hier durch den Wald ja hier liegt Lamer Backpack Coyote hallo ja ja der Kühlbärsch hat auch einen Backpack Coyote und hier liegt eine Nahomi oder wie der heißt naomi? ja der ist auch schon ausgelockt der hat kein Ob mehr gehabt danach ach du scheiße ey Rucksack voller Essen wie Noah Nubje die haben ja aber tja mach mich auch stutzig hier in order M24 liegt der Heli gerade über Kalle? nein der kommt von hinten kommt ihr mal Olscha hier hoch? Ems was? kommt ihr hier Olscha hoch? ja wir bewegen uns gerade Richtung Olscha ne kommt mal erstmal hierher mich sichern bitte mit äh bis hier die Leichen weg sind dann brauche ich nochmal eine genaue Positionsbeschreibung am Flussbett am Flussbett? naja klar von euch nur der nächste Wald nördlich ok wo der Flussbett ist da steht irgendwo ein blauer Padibus in den Bäumen da liegen die Leichen drum rum da wo der Heli jetzt ist da wo der Heli jetzt ist what the fuck hier sind uns nun rumzüber alle ähm hier ist ein Zombies spawner an diesem Waldweg an den Häusern ja da kommen wir jetzt gerade wieder vorbei ok ah dann wartet das doch eben da das stimmt da geh ich auch von aus komm jetzt von Süden ins Flussbett rein oh der sieht aus schon in dem ja aber die DMR muss trotzdem noch irgendwo sein obwohl warte mal hier liegt einer mit DMR der Bandit muss da irgendwo liegen oder nicht? ne ne er ist zivil hier komischerweise äh am Nordost der S-Strip sind auch noch eine Menge Zombies weil die da nah genug dran äh eher nicht wir sind südlich der Hawkstraße also ich bin Articid drin aha ich hab ne Menge Zombies ungefähr da wo du die Karre aus der Abgelegter Stelle welche Karre? ja ich glaube ja jetzt auf alle Fälle dann ein Bloodpack ist noch ein Stück äh östlicher glaube ich östlicher? ja Zombies kommen wir hoch in den Tower ja ah fuck off ey schluss auf mich G36 tot die Schüsse waren nordwestlich von uns ja 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 ja